Liebe Freunde, hier gibt es dann was zu berichten von meiner Spritze. Nach der Kontrolle stellen wir fest, dass meine Pumpe fast läuft, und da waren die Membranen kaputt, da musste auch noch die Pumpe regiert werden. Und hier ist die Aufhängung neu gemacht. Die Ventile sind neu gemacht worden und ein Ventil läuft dann noch nicht, die Pumpe läuft unruhig. Jetzt läuft sie! Es hat nicht nur eine Kontrolle der Spritze gegeben, sondern auch noch eine Revision. Aber 206 habe ich zuletzt die Membranen der Pumpe wechseln müssen. Und jetzt waren sie wieder im Eimer, die waren brüchig. Darum läuft nachher Wasser durch und das ist nicht gut für die Lager, das muss man unbedingt machen. Ich bin froh, musste ich die Spritze kontrollieren und man hat den Schaden an der Pumpe gesehen. Und auch hier, dieses Stück hier war defekt, diese Schraube trägt den ganzen Balken, wurde auch repariert, in Stand gestellt. Jetzt habe ich für die nächsten Jahre wieder Ruhe, jawohl! Und es ist jetzt kurz vor 6 Uhr, Bauer Hause macht Feierabend. Wir haben sowieso einen speziellen Tag heute, der 21. Juni 2016. Amne und der Bauer Hause haben Jubiläum. Ihr werdet es nicht glauben, 30 Jahre verheiratet. Huiuiui! Jetzt gehen wir da gut Nacht essen. Das ist unser Abendprogramm, jawohl! Ja, wenn ich da auf meinem Hof rum schaue, es ist viel gegangen, viel gebaut geworden in diesen 30 Jahren. Und wir sind immer noch nicht fertig. Ich glaube, da wird man auch nie fertig auf dem Bauernhof, mit Reparaturen, Unterhalt, Neubauten und so weiter. Ja, gut! Feierabend! Spezieller Feierabend!